Die goldenen Sterntaler Ein großes Segelschiff liegt im Hafen. Auf dem Schiff leben 35 Seemänner. Seemänner, die furchterregend aussehen. Außerdem leben dort auch zwei Affen und drei Papageien. Ihr könnt euch bestimmt denken, wem dieser Viermaster gehört. Richtig, das Segelschiff gehört einem Piraten. Hey, meine Seemänner, heute Abend lasse ich euch alleine. Passt gut auf mein Schiff auf. Ihr könnt zwar feiern, aber euch nicht sinnlos betrinken. Ist das klar? Mich hat das Königspaar zum Essen eingeladen. Hey, du da, trage mir mal die Holztruhe vom Schiff. Die will ich mitnehmen. Der Seemann gehorcht und trägt auf seiner Schulter die schwere Holztruhe vom Schiff. Er stellt sie in die königliche Kutsche. Sie wird von vier schwarzen Pferden gezogen, die den Pirat zum Schloss bringen. Die Kutschfahrt dauert nicht lange. Nach einer halben Stunde erreicht der Pirat den Schlosshof und wird von zwei Rittern empfangen. Die Ritter begleiten den Pirat in den Rittersaal, wo der König und die Königin ihren Gast erwarten. Ich grüße dich, mein großer Pirat. Einen herzlichen Gruß auch von mir. Danke, mein geliebter König und geliebte Königin. Der Pirat macht vor seinem König einen Diener und geht dann zu seiner Königin. Er küsst ihr den Ring an ihrer rechten Hand, während er dabei auf die Knie fällt. Oh, wie aufmerksam. Komm und richte dich wieder auf. Deine Knie sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Stimmt. Wie war die Fahrt auf den Weltmeeren? Hart, anstrengend, gefährlich. Oh, oh. Lass uns wissen, was so gefährlich war. Es waren die starken Stürme und die Gewitter, die mich und meine Crew in gefährliche Situationen brachten. Die Wellen schlugen über das Schiff. Sie waren oft zehn bis fünfzehn Meter hoch. Aber zum Glück ging keiner meiner Seemänner über Bord. Kommt, lasst uns feiern. Wir setzen uns an den großen Tisch und werden speisen, werden trinken, deine Rückkehr feiern. Es ist alles vorbereitet. Es gibt gebratenen Fassaden auf Süßkartoffeln, dazu gekochten Blumenkohl und Brokkoli, Rotwein und Wasser als Getränke. Das hört sich gut an. Essen wir drei alleine? Nein, wir werden zu viert am Tisch sitzen. Meine Tochter, die Prinzessin, wird sich zu uns gesellen. Das freut mich. Die Prinzessin habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Kaum hat der Pirat das Wort Prinzessin ausgesprochen, geht die große, schwere Holztür vom Rittersaal auf und die Prinzessin tritt ein. Schaut, hier ist sie, die Prinzessin. Wie hübsch sie aussieht. Ich grüße meine Prinzessin. Danke, danke. Ich begrüße dich auch, den Held der Weltmeere, der jede Welle bezwingt und sein Schiff sicher beherrscht. Unser Pirat. Lasst uns mit dem Rotweinkelchen anstoßen und das Wiedersehen begießen. Das ist eine gute Idee. Zum Wohl, meine Königsfamilie. Ich hätte da noch ein Geschenk für euch. Ein Geschenk für uns? Wo denn? Es ist noch in der Kutsche und ist sehr schwer. Am besten tragen zwei Ritter das Geschenk hinein. Ihr habt gehört, Ritter. Geht hinaus und holt uns das Geschenk. Die Ritter gehen zur Kutsche und kommen nach wenigen Minuten zurück. Oh, eine Holztruhe? Groß und schwer. Stellt sie auf den Tisch, ihr Ritter. Was mag da drinnen sein, mein Pirat? Mein König! Öffnet die Truhe und das Geheimnis ist gelüftet. Die Königin und die Prinzessin stellen sich neben den König. Sie sind ganz gespannt auf das, was sich in der Holztruhe verbirgt. Der König öffnet den schweren Deckel der Truhe und staunt. Die Prinzessin greift in die Holztruhe und nimmt sie auf den Tisch. Er nimmt einen Sterntaler heraus. Schaut, wenn ich das an mein Kleid halte, dann ist es eine goldene Sterntalerbrosche. Und wenn ich es in mein Haar halte, dann ist es eine Sterntalerhaarspange. Das gefällt mir. Mir auch. Das ist besonderer Goldschmuck. Den kann ich als Brosche verwenden. Oder als Haarspange, als Ring, als Kettenanhänger. Typisch Frauen. Ihr habt recht. Es ist schöner Schmuck. Für mich ist es Geld. Es sind goldene Sterntaler. Eine ganze Holztruhe goldene Sterntaler. Pirat! Ich danke dir für dieses außergewöhnliche Geschenk. Mein König! Für euch und eure Familie nur das Beste. Kommt, lasst uns speisen. Der gebratene Fassan wartet auf uns. Nehmt Platz. Die Königsfamilie feiert mit ihrem Gast, dem Pirat. Es wird gelacht, gegessen, getrunken und getanzt. Mein König! Wenn ihr es wünscht, kann ich noch viel mehr goldene Sterntaler mitbringen. Mit meinem großen Segelschiff und meiner Crew brauche ich drei Monate auf den Weltmeeren und dann bin ich auf der Insel, wo die goldenen Sterntaler an den Bäumen wachsen. Goldene Sterntaler, die an den Bäumen wachsen? Ich sage die Wahrheit. Fragt meine Seemänner, die können es bestätigen. Goldene Sterntaler, die an den Bäumen wachsen. Pirat! Ich glaube dir. Gehe auf dein Segelschiff und fahre mit deinen Seemännern hinaus auf die Weltmeere. Besuche die Sterntalerinsel und in einem halben Jahr sehen wir dich wieder. Mein Schiff wird gefüllt sein mit goldenen Sterntalern. Goldene Sterntaler für alle. Nach dem Festmahl werde ich zum Hafen fahren und morgen Mittag bei gutem Wind die Großsegel setzen und raus auf die Weltmeere fahren. Die Königsfamilie feiert noch ein wenig mit ihrem Gast. Zur späten Nachtstunde verabschiedet sich der Pirat und kehrt zu seinem Schiff zurück. Es wird sechs Monate dauern, bis er die Königsfamilie wieder im Schloss besuchen kann. Aber wenn er wieder da ist, dann mit vielen, vielen goldenen Sterntalern. Wenn er einen, diesen Abend was beim Feiertel zum Ab kaputt gefällt. Vielen Dank.